Erst ist Vater gestorben, vor sechs Jahren, und nur einen Monat später mein Bruder Grisha am Fluss ertrunken. Das hat Mama nicht ausgehalten. Sie ist einfach abgereist. Wenn sie nur wüsste, wie gut ich sie verstehe. Ich fasse mich kurz. Sie alle wissen, Ihr Kirschgarten soll verkauft werden, um die Schulden zu bezahlen. Dass ich das getroffen bin. Das sind alles die Farbe, dass ich mein Verstand bin. In diesem Kinderzimmer habe ich geschlafen, von hier in den Garten geschaut, und jeden Morgen erwachte zusammen mit mir das Glück. Der Garten war damals genauso. Es hat sich gar nichts verändert. Weiß. Ganz weiß. Meine Freunde, dieses Haus für immer verlassen. Kann ich da an mich halten und nicht zum Abschied jene Gefühle aussprechen, die jetzt mein ganzes Wesen durchdringen?